Einen Monat nach den Terroranschlägen in Brüssel hat der Flughafen Zaventim erstmals wieder die Abflughalle geöffnet, aber nur für Medien. Noch immer wird hier gearbeitet und in Stand gesetzt. Etwa Ende Juni und auf jeden Fall vor Beginn der Sommerferien soll die Halle wieder den Betrieb aufnehmen. Bis dahin erlaubt die seit drei Wochen genutzte provisorische Abflughalle nur einen reduzierten Betrieb. Mit über 23 Millionen Fluggästen pro Jahr gehört Brüssel zu den wichtigsten Flughäfen in Europa. Am 22. März töteten zwei Selbstmordattentäter hier 16 Menschen. Einer der beiden, der 24-jährige Najim Lashroui, wurde nun von ehemaligen französischen Geiseln als einer ihrer Wächter identifiziert. Wie zwei französische Zeitungen unter Berufung auf Ermittler berichten, soll Lashroui in Syrien an den Führungen durch die Terrormiliz Isil beteiligt gewesen sein. Darunter auch die Verschleppung des 2014 von Isil ermordeten US-Journalisten James Foley. Der ausgebildete Elektromechaniker Lashroui gilt als der Bombenbauer der Terrorzelle. Sprengsätze, die bei den Anschlägen in Paris benutzt wurden, wiesen seine DNA auf.